Auch die offiziellen Dementis konnten die Gerüchte nicht zum Verstummen bringen, dass die amerikanische Regierung in einem geheimen Hangar der Air Force vor der Öffentlichkeit etwas verbergen wollte. Durch die Hilfe einiger mutiger Augenzeugen, die ihr Wissen über die Ereignisse ausgetauscht haben, haben wir uns die Gäste gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Auch die offiziellen Dementis konnten die Gerüchte nicht zum Verstummen bringen, dass die amerikanische Regierung in einem geheimen Hangar der Air Force vor der Öffentlichkeit etwas verbergen wollte. Durch die Hilfe einiger mutiger Augenzeugen, die ihr Wissen über die Ereignisse ausgetauscht habt. Die Ereignisse ausgetauscht werden, auch unsere Unsicherheit mit einem Gegner der Öffentlichkeit im Sicherheitsblatt an der Fenster der Ursula, hier rüteide. Weekend ist heute Abend Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auch die offiziellen Dementis konnten die Gerüchte nicht zum Verstummen bringen, dass die amerikanische Regierung in einem geheimen Hangar der Air Force vor der Öffentlichkeit etwas verbergen wollte. Durch die Hilfe einiger rotiger Augenzeugen gehen wir über die Eintracht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.